Hallo na! Zu einer neuen Runde Platin. Wo wurde was gedacht? Pokémon, Platin, Soling, Randomizer, Nasslock, alles. Alles was geht. Ja, wir haben ein bisschen gelevelt. Ja, das war nötig. Mülltongel bis jetzt Level 13. Jörg, Level 15. Blockballon ist Level 12 immer noch. Plus Lee, Level 16. Ja. Damit sollte man wo immer antreten können. Ich habe im Angebot Melissa auf Level 15 gehauen, Jannis 13, Klaus Level 15. Hat sich entwickelt. Guck mal, wie hübsch er jetzt aussieht. Ei, 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 ei. Herrlich. Und dann haben wir noch, ja, Bitchy. Bitchy muss bis Level 50 gelevelt werden, damit das Vieh endlich mal eine Step-Attacke kriegt, mit den Käferbiss. Ja. Alles andere ist, ja, ist Luftballon 2, sozusagen. Gut, dann gehen wir so da rein hier in die Junge. Auf geht's. Fight. Fight, 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 fight. Oh, nee, der heißt Joe. Joe. Heißt gar nicht, fight. Joe. Ist gelogen. Joe. 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 So, auf geht's. Clanimani. Das ist ein Manager. Flamara. Der ist leider der Manager, der Flamara der Hand. Aber, kennst du schon meine Drachenwut? Flamara ist schneller wie kaum aller. Flamara. Ah. Bruder, deine Akkuverknarre kannst du dir jetzt in den Arsch stecken, weil die ist ausgesetzt. Blockiert. Ja. Zack, bitte. Bruder. Auf Wiedersehen, sag ich dazu. Kratzer hast du nur noch. Aha. Hm, ist nicht so gut, ne? Oh, was? Oh, als Maul Mio. Bitte? Ja. Warte, wie dreckig du lachst. Ach man, er setzt jetzt schon einen Trank ein. Hm. So kriege ich auf jeden Fall keine Konfusion ab. Aber ein Wandler, alles klar. Das heißt jetzt Wachstum, Rasierblatt, Fund und Naturkraft. Wie viel KP hat der? 41. 40. Das heißt nicht, dass Mio auch eine 40 hat? Ach ja, das ist ja Mio auch. Mio hat bestimmt mehr. Kannst du davon ausgehen. Bei einem Base-Endet von 100. Nee, Base KP. Base-Endet? Ja, Base-Endet. Ich könnte auf Bitchy gehen und den Rasierblatt resisten. Das andere würde mich normal treffen und ich könnte mit Käferbiss angreifen. Rasierblatt würde Melissa neutral treffen. Hm. Frank, was meinst du? Soll ich Klaus nehmen? Eigentlich ist das egal. Aber gut, Elektro attacken werden auch wieder Resistor von Pflanze. Ja, aber ich könnte Schlitzer drücken. Ich könnte Schlitzer drücken. Ich mach das. Klaus hat den stärksten Angriff. Oder mit den stärksten Angriff. Jörg, Jörg, Jörg. Naturkraft. Okay. Triplette. Toggebi. Da haben keine rum. Oh. Bloß keine Explosion hier. Jörg. De Bruce. Was macht denn so ein... De Bruce. Bruce. Hallo Bruce. Charme. Oh. Na, ist egal. Oh, Schlitzer ist gut. Der kriegt jetzt einen Doppelkick ins Gesicht. Okay. Aha. Das war der erste. Aber den nächsten. Gucken, was Rasierblatt macht. Bruce. Oh. Das tat aber auch ein bisschen weh. So. Dann kann ich mich ja mal eben darum kümmern. Ich bin schon durch, oder? Ich bin durch. Der hatte Gag Arbor, Karnimani und Toggebi. War jetzt nicht so... Miu hat er zum Beispiel bei mir nicht. Alter. Das gab gute EP. Ach, als... Au, ja. Was ist der denn für einer? Ach, Mann. Jörg, Mann. Was bist du für ein ehrenloser Mann? Was machst du hier? Geh wieder rüber. Jörg, ich rufe dich. Oh, Mann. Ja. Ja. Burmi. Käfer, ne? Ja. Oder ich würde... Warte, ich würde vielleicht erst mal mit der Drachenwut kommen. Auch nicht schlecht. Weil er wird keine finster Aura haben. Er wird nur komplizierte Vision haben. Sternenschauer. Ah. Wunsch-Traum und ich weiß aber nicht, was ich für... Ja, mal gucken, was die Komposour weggemacht hab. Die tut weh. 15. 15. Ja, gut, dann tankst du ja noch eine. Ein Kritt auch. Ja. Ah, Wut. Ach, guck mal. Ja, ist ja auch egal. Guck mal, dann machst du ihm jetzt Damage mit der... mit der Drachenwut. Und... Oh, guck mal. Kannst du da nochmal angreifen. Bruder. Bleibt drinne. Ja, ich drücke zweimal Drachenwut. Ja. Oder kommt jetzt der Wunsch-Traum, doch? Müsst du jetzt kommen. Oh Gott, ist ja richtig heutig. Nee, kommt danach. Jetzt. Ja, genau. Ist richtig Drachenwut. Da kommt der Wunsch-Traum und dann könnte er schon wieder fit sein, ne? Ja. 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 Aber der macht ihn nicht voll. Oh, also könnte reichen. Das könnte jetzt reichen. Och, bitte. Melissa! Melissa! Oh, ja. Easy. Ja. Das hab ich auch grad gedacht. Oh, shit, ey. Okay. Aber Hauptsache wieder zwei Legis am Stüssel, ne? Ja, ist okay. Gehen die Grüße wieder raus an den Randomizer. Nicht. Ihr könnt jetzt der Trümmerer außerhalb des Kampfes einsetzen. Ey? Alter, der stinkt aber hier. Geil! Und es gibt ne TM. Ja. Was für ne TM hast du gekriegt? Gleich. Ich will jetzt Pokémon heilen. Ich will auch nur mal sicher gehen. Ah! Ah! Übrigens. Was denn? Da ist er! Da. Äh. Äh. Genau neben mir. Hier. Da. 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 Da hinten. Geil! Am Meer. Ah, läuft bei uns. Aber richtig, wa? Ja. TM 76. TM 76. Normalerweise Tarnsteine. Uh, ja. Aber diesmal nicht. Weißt du nicht. Was wär denn das für ein Randomizer? Da würde ich aber... Und ich hab... Mega Heap! Energieball! Oh, Mann! Das ist richtig gut! Ich hab einen unglaublich kräftigen Heap! Ah! Jörg! 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 Energieball Jörg! So. Keiner in der Nachbarschaft, äh, Jörg heißt. Melissa. Melissa kann Sandsturm, Sandwirbel... Nee, ich muss ich Step behalten. Die Konfusion muss ich Step behalten. Nee. Nix. Jörg! Ha! So, Freunde! Wie gefällt euch bis jetzt der Part? Erster Orden läuft! Ja, Jörg! Erster Part, oh Mann, Frank. Hammer, ne? Ja. Läuft bei mir rückwärts, weg ab! Er fesst mir und das... Ein halt, das für ein Flirtflirtflirtflirtflirtflirt! Wo geht's hin? Was wollen wir hin? Ach, so. Hier sind wir zu viele Leute. Hier sind wir zu viele Leute, Alter. Was ist das eigentlich für ein langes Haus hier? Was ist das für ein großes Haus da eigentlich gewesen? Ähm, hier über dem Pokémon Center. Bergbaumuseum. Museum. Für Co... Für Co... Als Maulverstander. Ach man, jetzt geht er... Den Untergrundmann. Ah! Geht's hier an die Wader? Warum... Warum gibt es ein... Ah! Okay! Hier studiert einer Pokémon Fossilien. In ewig genau kriegen wir ein Fahrrad. Weil wir kommen da nicht hoch. Okay, okay. Hallo, hallo. Achso, die sagt nur Hallo. Also der eine, äh, da kannst du bestimmt die Fossilien nachher. Ja. Also wir unternehmen mehr. Aha. Also der hier, der, ne? Der hier. Hast du was? Nein. Ich hab mir nochmal gedrückt. Gut. Kann ich nix. Habt ihr keine Geschenke hier oder sowas? So auf Ehrenhaft? Oh! Nein! Och, nö! Och, nö! Da muss ich jetzt auch hin. Warte, ich komm. Och, Sailrock. Muss das jetzt sein? Wir sind durch die Arena gekommen ohne einen Verlust Sailrock. Ups! Clint! Du hast ja in Orden. Ja. Ja. Aha. Vielleicht will er gar nicht kämpfen. Mit seinem Team. Was für ein Team. Vielleicht will er gar nicht kämpfen. Er hat doch kein Team hier. Ja! Will er nicht? Nein. Bruder, bester Mann. So, hier oben war Zertrümmerer. Wen hast du dir das beigebracht? Ah. Bruce Lee. Ich muss das ja auch noch jemandem beitragen. Ist da oben was? Das ist... Ah! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Erzlingen-Tor. Warte mal! Ist das was Neues? Nein. Oh. Das haben wir schon. Okay. Na gut. Bruce Lee! Und findet die TM Fenster-Aura. Es ist auch Fenster-Aura. Ne! Und... Ah! Kein Versieler. Jörg... Äh, nicht Jörg, meine ich. Müll-Tunnel mit einer Fenster-Aura. Oder schönen Luftballon-Aura. Aber Luft... Warte ich kurz. Irgendwas war doch. Die konnten doch... Da muss ich jetzt mal gucken. Müll-Tunnel hat was für ein Wesen? Froh. Froh. Das heißt, der Angriff wird gesteigert. Also bringt mir das schon mal nichts. Der Angriff wird gesteigert? Bei Froh? Äh, das innert. Aber Minus Spezialangriff. So, dann habe ich... Das hat einen besseren... Oh, ja. Ja, guck mal. Luftballon-Bruder. Ich gehe jetzt hier ab. Bis jetzt in der Höhle. Ja, ich bin zweimal Fenster-Aura. Bladas. Ist schon ziemlich einseitig, dieses Team dann. Ja. So. Ein Igler. Bruder, da musst du wohl weg. Ein Igler? Ja. Ich hab... Nee, Härtner habe ich auch schon weg gemacht. Hörtner, Alter. Hörtner. So. Ach, man muss ausnoten, okay. Hier ist Wasser. Damn, damn. Oh! Ist das wirklich keine neue Route? Nein. Ist das alles Tor? Ja. Und Tor steht Gn. Nicht gefangen. Da ist ein Radfahrer. Ja. Der ganz sneaky guckt. Ey. Hm. Lampi. Na, was gab's? Offenlegung. Oh. Das ist auf jeden Fall gut, ne? Ja. Da muss ich los, aber... Beleber... Beleber? Verpiss dich. Bist du unten rumgegangen oder hast du oben alles zertrümmert? Äh... Ich hab doch keinen Rad. Das müssen wir uns erst ein Rad holen. Wo ist denn Erzling? Weiß ich nicht. Okay. Ich guck mal eben. Skoblins. Okay. Cool. Wo hab ich denn hier meine Karte? Da hab ich doch schon gleich den richtigen für. Jubelstart. Klaus, Klaus, Klaus. Wo ist denn das? Da! Da oben? Müssen wir denn hier hin? Anscheinend. Weil da unten ist ja auch Route 204, ne? Hat er irgendwas von Route 204 gesagt? Ich hab dem nicht zugehört. Ne, aber das ist ja die normale Reihenfolge. Was? Oh, hi, Party. No. No? No. Weil ich hab ihn nicht gefangen. No. Also ich hab ihn gefangen aber ich doch viel. No. 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 No party? No party? No party? No. 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 No party? Oh, ich brauch noch eins bei Pokémon Go, dann kann ich was entwickeln. Dann kannst du was entwickeln? Dann kann ich mir ein Seedraking holen. Hab er doch schon. Ich noch nicht. Ist ja belastend, ich hab die ersten... Oh. Da guck mich einer böse an. Lüppel. Ja, warte mal. Ich bin gleich da. Lüppel. 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 Du nennst ja gar kein Adressbuch dein eigen. Nö. Das war aber bizarr. Das war aber bizarr. Das war aber bizarr. Es gibt in diesen Jubelstadt hier offenbar keine dunkle Gestaltung. Meine Nachforschungen werden mich nun an andere Orte bringen. Guck mal was sie gibt. Oh, guck mal hier ist noch eine andere Route. 218. Ob wir da schon längst gehen können? Er zieht's schon durch. Er schweigt mich an. Da kennt er nix. Schweigen war schon immer sein Thema. Sein Thema allein. Ja. Oho. Kuss. Machtgewinn. Mehr gibt's hier nicht. Nicht ne Angel oder so. Nö. Haben wir Kopfnuss. Giftstich. Hast du Giftattacken? Nö. Aha. Ist das ein Angler der Dings hier? Vielleicht? Oder die Angel? Sieht auf jeden Fall aus wie ein Angelangler. Hm. Eine Angel ist wirklich gut. Meinst du dich auch? Ja. Eine sehr gute Antwort. Das wollte ich hören. Und da wir nur befreundet sind, checke ich dir diese. Hahaha. Ich bin auch direkt befreundet mit ihm. Ah. Geiler Mann ey. Cool. Encounter. Och. Ja, ich weiß. Ja. Nun heißt es sich zu konzentrieren. Beißt dein Pokémon an. Siehst du einen? Dann musst du die Angelschnur einholen. Okay. Ach, jetzt geht das wieder los. Na, beißt bei dir wieder NZ an? Ich hab gar nicht, ja. Als Maul. Als Maul. Das glaube ich ja nicht. Bei mir schon mal zum dritten Mal nichts. Ich bin aber auch stehen geblieben an der Stelle. Viertes Mal. Hast du immer wieder reingeworfen? Ja. Immer an der gleichen Stelle. Ich hab auch nur zweimal geworfen. Fünftes Mal. Sechs Mal nicht. Wann sonst so? Sieben Mal nicht. Ist so geil. Ich hab mit Pokémon geangelt. Ui. Schade. Typ Drache. Ist der Erstdrache. Darf ich das hier nochmal nachgucken? Bitte. Bodendrache. Schade. Hm. Aber. Internet. Hast du auch eine gedrückt? Ja. Ja. Er arbeitet. Achso. Ich guck mit dem Handy nach. Wo wie die Daten sind schneller. Drache Boden. Na jetzt komm. Hehehehe. Hochzul. Und Boden als Ersttyp haben wir ja noch nicht, oder? Du musst ihn erstmal fangen, okay? Ja, ich weiß. Und er ist noch Level 4. Ich weiß schon gar nicht, was ich jetzt schon wieder machen soll. Ein Ball mit dem sich Pokémon, die sich im Meeresgründ befinden, fangen lassen. Nachtara kam jetzt ja aus dem Meer. Also theoretisch. Habe ich es ja geangelt. Und das ist ja jetzt ja so, dass es drinne bleibt, wenn ich den geangelt habe. Das glaube ich ja wohl nicht. Und sonst so? 23, 32, 29, 26. Gut. So, ich warte dann eben, bis du das gefangen hast. Am Morgen der kann sein Grab, okay. Ja, Frank. Ja? Soll ich einen Tecnel drücken? Irgendwas musst du ja machen. Ja, das ist der schwächste Angriff, den ich habe. Ja, okay. Ich bin 11 Level höher. Ja! Da muss ich jetzt, da muss ich mich jetzt nochmal nach vorne legen. Ja? Ich habe zwar eine vielfach schwäche Eis, auf ganz belastend. Und ich habe, oh Mann. Und du? Ich habe fünf Punkte bei dir. Das wird doch schon wieder nix. Das wird doch schon wieder nix. Das wird doch schon... Ey, mit dir den Counterfang, ne? Du erinnerst mich aber auch immer nicht dran. Ja. Nightmare! Ja. Ja, der kann auch noch Ultraschall. Gucken wir uns das mal an, weil dann habt ihr ein bisschen was zu gucken. Mit dem forschen Wesen. Weißt du, wie ich mich gerade hasse, dass ich... Wie, ich so kann ich nicht... Ach, ich bin im Sandgrab gefangen, ne? Man muss sich heilen. Weißt du, wie ich mich gerade hasse, dass ich Fensteraura Dings gegeben habe? Ja. Das ist natürlich... Ich muss erst mal gucken, ob du den überhaupt fängst. Gut. Ich gehe dann schon mal zurück ins Pokémon Center. Ja, mach das, mach das. Und öffne schon mal den PC. Das Problem ist halt... Ach, ne. Ich muss jetzt einfach im Pokéball landen. Ganz einfach. Wieso hattest du eigentlich einen Tauchball? Boah, ich habe einen Tauchball gefunden. Und wenn man angeln geht, dann hat man einen Tauchball am Mann. Ach, der hat auch noch Finte. Das ist okay. Ultraschall ist das einzige Belastende. Ja. Hast du immer noch keine Status noch tackeln? Du hast dafür trainiert. Ja. Wie er mich gerade hasst für diese Aussage. Aber Freunde... Das muss er haben können. Wollen wir was anderes spielen? Wie viele Bände hast du noch? Zwei? Der letzte, der ist immer richtig gut, habe ich gehört. Ja, habe ich gesehen bei Labrador, wie gut der letzte war. Ha! Ich habe jetzt vier Pokéball geworfen. Der hat sich nicht einmal bewegt. Nicht einmal. Ist doch nicht so gut, ne? Ist eben so, ja? So, letzter Pokéball. Auf Spaß und Freude. Pokéball, flieg! 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 Beweg dich wenigstens einmal. Oh, einmal. Toll! Toll, lieb Eldra! Hast du dich, ey. Dann PCS, ne? So, Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es heißt... Bruder, mein Bein wackelt. Wir fangen Pokémons. Also... Gonzales. Spaß! Ciao! Ciao, ciao!